Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge von Hamad Spiel Poppy Playtime. Der dritte Teil ist rausgekommen und das Spiel war ein sehr ernst, sehr, sehr gutes Horrorspiel. Habe ich Bock darauf? Jein! Very small percentage of people may... Oh, nee, Digga, mit einer Warnung. Das macht es gerade echt nicht besser und das Bild sieht auch nicht cool aus. Ah! Die wurden gerade reingeschmissen. Von irgendeiner Katze. Oh, nein, Digga. Ich kriege direkt Stress. Ich habe direkt Stress, oder was? Äh! Was muss ich machen? Ich werde hier zusammengedrückt. Ich werde zusammengedrückt. Was passiert hier? Wie komme ich hier komplett hoch? Dann bin ich hier schon gerettet? Bricht das gleich zusammen? Ich weiß es nicht. Ich muss da rüber, glaube ich. Nein! Bitte! Was soll ich da? Es kommen komische Sounds von hinten. Ich komme nicht mehr hoch. Ich habe Angst. Da kommt irgendwas. Da kommt irgendwas von hinten. Ich mag nicht von hinten. Bitte. Bitte. Bitte lass mich. Komm schon, lass mich hoch. Nein! Man muss irgendwie da hochkommen, Chat. Man muss doch irgendwie durchkommen. Hier kommt man als Safe nicht durch. Das ist ja nicht so schön. Ah doch! Lass dich durchs Objekt, um dich zu retten. Okay, der Sound ist wenigstens ein bisschen runtergegangen. muss auch wieder lernen wie die steuerung und sowas funktioniert dass ich habe also ich bin komplett raus ich dachte jetzt hier kann ich vielleicht irgendwie dahinten das ding da oben aha nein das war richtig jawohl wir haben es raus geschafft oh nein man warum so viel stress was passiert hier das ging schnell ist hier blut die zu interakt hallo hallo ist da wer geschafft ich habe da irgendwas gesehen habt ihr das auch gesehen ich habe irgendwas gehört und ich habe irgendwas gesehen man oh nein ich hasse sowas mehr dank für eins ab hallo ich habe es wie ich hier durchkomme. Wer ist ein Wohnzimmer? Mehr Dankeschön für den Giftsab. Was höre ich da draußen? Ich kann nichts sehen. Ich höre da aber irgendwas. Ich kann hier nicht drüber. Ah, ich kann es einfach nehmen. Mir ist auch noch eine Batterie. Haben wir sogar MPO mit einem Giftsab. Dankeschön, Luz. Press here, okay? Hey, ich erinnere dich. Mich? Okay, Baba Bubbler Fund. Ich kann mich nicht an dich erinnern. Dann gehen wir einfach mal weiter, Baba Bubbler Fund. Ich kriege einen Anruf. Äh, ja. Wie soll ich denn da rangehen? Da. Ja. Hey, hey. Kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Wir haben ein Kind, das uns hilft, rauszukommen. Wir haben ein Kind, das uns hilft, rauszukommen. Ich fühle mich nicht. Ey, ich fühle mich erst nicht froh, hierbei. Poppy? Was? Was labert dieses Kind auf, wenn man auf den Boot schickt? Oh nein, wir müssen uns bei ihm. Wir werden jetzt ab jetzt verfolgt. Mein Name ist Ali. Nice to meet you. Ali hat's more. Ali hat's more. Ah. Können wir das drehen, das Ding hier? Ah, aim the beam at the power input while touching the power square. Oh nein. Ich hör schon so ein komisches Geräusch. Grab the hander with Q and E. Okay. Okay. Grab the hander with Q and E. Versteh ich nicht. Chat, versteht ihr das? Grab the handle and rotate them. Ah, warte mal. Ah, warte, ich hab's jetzt ein bisschen gedreht. Ich hab's die ganze Zeit versucht zu drehen, aber ich hab die falschen Tassen gedrückt. Nice, wir haben quasi nichts gemacht. Ah, doch, die Türen sind jetzt offen. Und jetzt sind wir in dem Playground von dem Monster, was hier drin ist. Hallo, ich bin ganz nett. Ich bin ganz nett. Ich bin lieber. Ich möchte hier genauso spielen wie alle anderen auch. Okay. Fahrstuhl, auf, entspannt. Das ist entspannt. Willst du in den Fahrstuhl fahren? Hier kann nichts passieren. Hallo. Hallo. Mein Name ist Elliot Ludwig. Elliot Ludwig. Was ist das für ein Film? Kann man den ausmachen? Das macht einfach nur noch mehr Angst, man. So eine alte Kacke auf nur im Fernseher. Nee. What the fuck? Sind wir hier bei Harry Potter? Was haben wir hier für einen Untergrund, Junge? Das ist doch kein Freizeitpark mehr. Das ist die Hölle. Das sieht ehrlich aus wie aus... aus irgendeinem Herr der Ringe im Teil. Orgs Einhüte. Okay. Hauptsache, es passiert nichts während dieser Fahrt. Oh, wo fahren wir da rein? Wo fahren wir da rein? Was ist das? Oh. Wow. Playcare. Ein Weißhaus? Eine Schule? Ein Spielplatz? Ein eigenes Ökosystem? Ja. Okay. Ich gehe stark davon aus, dass dieses Monster dann in dieser Welt hier lebt, wo wir gerade hingefahren werden. Auch wenn sie wunderschön aussieht. Wir besuchen quasi gerade das Zuhause von einem Monster. Einem schlimmen Monster, wie mir erzählt wurde von dem Kind am Telefon. Und ich werde wieder angerufen. Wo ist das Telefon? Da hinten. Hi, Ali. Yes. Bisschen Blut. Bisschen Blut. Ich schaue die Stärken, die unteren sie gehen. Hey, es sieht eigentlich ganz schön aus. Erinnert mich ein bisschen an Willy Wonka. Dann gehen wir mal da rein. Restricted Access. Also ein Kind hat mir gesagt, ich darf hier durchgehen, also darf ich auch hier durchgehen. Hallo. So, du hast die Schlüssel. Jetzt die Frage, die du wahrscheinlich fragst, ist, woher geht es? Na, geh zurück. Und du solltest eine Tür finden, nur zur Seite des Kabel-Cars, die du hier nahe genommen hast. Okay. Äh, dort hinten, oder was? Die Tür da hinten? Aber ich will da noch gar nicht weg. Mann. Das hört sich ein bisschen gruselig an. Was kommt da für den Zaun? Gasproduktion? Gasproduktion? Gas? Gas? Okay. Okay. alles geht nach rechts aber es muss komplett nach links das kriegen wir wie kommen wir in diesen raum hier da oben ich kann mich nirgendwo festhalten ist das problem ich muss hier also durch ich brauche batterien die batterie vielleicht finde ich vielleicht an links ich habe eine grüne batterie leute die erste batterie check hier haben wir leider nichts hier ist nichts hier ist nichts drinne wofür habe ich diesen raum hier geöffnet kann man durch die tür vielleicht auch nicht man kann hier wirklich nichts machen katastrophaler raum sage ich das hier kann ich aber auch nicht mehr rausnehmen also muss ich doch über den anderen weg vielleicht kann ich aber auch hier hoch über den fahrstuhl bibu danke für den zehnten da komme ich auch nicht rein okay es bleibt nur eine einzige möglichkeit ich habe alles probiert wir müssen über den linken raum hoch ich check mal hier alles aus zur sicherheit nicht dass mich irgendeine böse überraschung erwartet ich weiß nicht ob das so ein gutes oh nein ich kann da nicht hoch das hört sich so an wie ein schlafen sound okay ein schlafen sound ein schlafendes monster möchten wir nicht wecken wir bleiben weg jetzt ist die frage wie kommen wir hoch ich dachte ich komme über den weg da hoch anscheinend geht das aber nicht hierüber geht es auch nicht auf die treppe hier kann ich auch nicht ich muss ein weg über die über die den ersten weg bin also es muss doch schon irgendwas in dem raum sich getan haben anders kann ich mir das nicht erklären was ist denn das hier habe ich irgendeine dvd die ich hier abspielen kann ich habe ein grabbeg ich habe ein grabbeg aha ich habe eine neue hand bekommen ah ok aha das ist cool kann ich das die ganze zeit benutzen oder nur an manchen stellen ok immerhin sind wir weiter gekommen da hinten kann ich das grabbeg wieder benutzen ich glaube da stirbt man äh wir müssen wieder rüber glaube ich und dann da drauf ich bin gestorben was so krass ich kann mich auch nicht hängen lassen oder nee entweder ich bin dumm oder ich muss tatsächlich zurück das Das gibt für mich nicht so ganz Sinn. Let's go. Rüber! Das war knapp. Wohin? Wohin? Jetzt geht's durch. Let's go. Oh, nicht wieder sowas. Okay, wir müssen irgendwas treffen. Das wird jetzt kompliziert wieder. Bei Poppy Plate, da muss man halt echt so lange immer nachdenken. Das ist gut, wenn das das trifft. Was ist hier? Das ist auch gut. Dann trifft das das. Wo ist die Stromzufuhr? Da. Wie soll ich hier hochkommen, bitte? Ich weiß wie ein Zauberer. Ich verarschen. Wie soll ich da hochkommen? Das geht nicht. Ah, warte, man kann da rein. Nee. Er verfehlt es. Was? Wie kann es das verfehlen? Ich muss anders planen. Ich muss anders planen. Ich muss anders planen. Oh! Ja. Ich muss anders planen. let's go ah ok ich check ich check ich check ich check warte warte haben wir jetzt am ackern check haben wir jetzt am überlegen ok ok versteht ihr alles auf tranquil hinbekommen chat kann es ja und deswegen muss es jetzt ja auch aufgehen habe ich alles hinbekommen darüber wechseln bitte jetzt hat es geklappt ich mache mir in die hosen ich mache mir in die hosen ich muss wieder zurück unter der statue ist wieder ein schlüssel für mich oh nein das machen wir gerade ok wofür soll ich jetzt die schlüssel benutzen soll ich wieder zurück ich kann gar nicht mehr zurück ich kann nie wieder zurück ich kann nie wieder zurück ich kann nicht mehr zurück Hallo Oh es geht auf Hallo 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 Ist hier wer Okay Warum wurde ich Ich habe keine Ich habe meine Sachen nicht mehr Ich habe keine Arme mehr Ich kann nur noch gehen Oh nein Ich mag so eine Gänge nicht Oh nein Achtung Jetzt kommt ein Jumpscare Nicht erschrecken Oh es kam doch kein Jumpscare Happy And fun Way Happy And fun Way Was it done Happy And Ach Digger Scheiße Jetzt kommt ein Jumpscare Leute Nicht erschrecken Haus Ich will das nicht hören Ich sehe den Schatten Nicht erschrecken Leute Jetzt kommt ein Jumpscare Wir wissen es alle Einfach nur nicht erschrecken Hier Was ist das denn Okay Dein Anruf macht alles Macht alles schlimmer Das macht gerade alles Zehnmal schlimmer Du musst dich schrecken Du musst dich schrecken Oh mein Gott Komm Bitte nicht Hallo ich weiß nicht mehr wo ich lang gehe ich erschritte ich bin in der sackgasse entschuldigung ich habe nichts bestellt liebes kätzchen ganz liebes kätzchen ich bin in der sackgasse die wollen dass man das denkt und jetzt erschreckt man sich gleich noch da ist irgendwas oder gilt hans ich will hier durch bitte dieser raum sieht entspannt aus hier zurück gehen wir dem monster hinterher oder nicht ich glaube wir hinterher gehen ist immer schlauer ich sehe nichts mehr ich habe zu ich habe gerade so angst ich höre kinder schreien ich gehe da lang das ist eigentlich immer ein schlechtes zeichen aber ich versuche immer gegen teil tag immer das machen was das monster nicht erwartet ich gehe extra zu den kinder schreien ich gehe extra zu den kinder schreien da ist mein ausgang seht ihr seht ihr das war clever das war so clever ist das monster da hinten ist mir auch egal komm schon wo sind meine arme wieder ich brauche wieder meine arme hier muss irgendwo eine kassette sein muss irgendwo eine kassette sein muss irgendwo eine kassette sein 1m 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 2m 1m 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 2m 1m Sie sind unkomprehensvolle Hörer. Jedes angere für Ihren Rückkehr, Jedes wütend, dass sie dich finden können. Sie schreien an dich aus einem Schatten. Die schreitenden Mund voll von Teufel, Meeres und Plastik. Sie sehen und wütendlich für ihre Rückkehr an einem warmen Halt. Oder vielleicht werden sie dir nicht so Zeit geben, Ich muss mir das gerade angucken. Ich kann nirgendwo anders hingucken. Ich kann nur da hingucken. Willkommen nach Hause. Hör, hör, hör! Hör, 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 hör! Das ist genau das Monster, was uns gerade verfolgt hat im Kleinen. Und wir haben es zerstampft! Aha! Da, siehste? Dein Kopf! Das ist die Größe, gefällt mir viel mehr. Lass mich raus. Bitte. Ich will einfach nur noch hier raus. Drück hier drauf? Nö! Ganz ehrlich? Nö! Oh, Digge, ich muss hier wieder irgendwas lösen. Spring ich runter oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Ah, ich glaube ich kann runter springen. Was passiert denn hier? Hä? Hä? Okay. Irgendwas hat es damit auf sich. Wir müssen das zum Fahren bringen. Oh nein! Boah, wenn wir uns da hinbegeben zum roten Rauch, dann sterben wir. Hä? Ich überleg's. So ein Gas-Ding zu holen oder so. Hm, ich hab' ne Maske jetzt! Aber wie benutze ich das Ding? jetzt? Das bringt mir ja jetzt gar nichts. Wie kriege ich dieses komische Ding zum Laufen, Chat? Hinten am Auto. Das da? Ah, aufdrehen. Stimmt. Los geht's! Hier muss ich doch raus können. Warum sonst? Hier muss irgendwas sein. Das Spiel hätte mich doch niemals hier einfach nur reingelassen, um am Ende nichts zu machen. Oder, Chat? Aha! Ich wusste es nicht. Kommt man hier raus? Nein. Hier bin ich doch gerade runtergesprungen. Gehen wir doch mal hier lang. Gut, gut. Dann bin ich doch noch raus. Dann bin ich weg. Так. Also, jetzt geht's. das geht nicht komm mal hier hoch oder du komm mal hier hoch krieg ich das hier hoch ah warte mal ich kann drunter herkrabbeln ah das reicht schon dann lass mich einfach durch ich kann drunter herkrabbeln komm schon komm schon hier ist irgendwas bitte 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 ich hätte nichts wieder so was konsumiert ich hätte nichts wieder so was konsumiert Ich versuche dir, dein Freund wird alles gut sein. Wenn du ihn wieder sehen möchtest, wird er nie besser sein. Aber es hat gar nichts ausgesagt, jetzt die Kassette. Also ist der Raum nichtssagend? Kannst du mir doch nicht sagen, der Raum war unnötig. Ah, hier wurde irgendwer beobachtet als Kind. Sieht so aus irgendwie, ne? Dann lass dich mal alleine. Ey, was zur Hölle passiert hier? Bitte, wo ist die zweite Batterie? Bitte. Bitte, helf mir. Hilfe, ich brauche Hilfe. Zweite Batterie. Ich bin mir weg. Ich bin mir weg. Jackie, ich bin mir weg. Ich bin mir weg. Und ich bin mir nicht dauer. batterie ich hab die batterie und ich bin raus und tue zu tue zu machen schnell hier rein ja was hat das denn gemacht jetzt sie durch sehr schön sehr schön hier was krabbeln ich habe was krabbeln ich glaube ich sprinte sprinte da sie ist das aus ohne die kisten wir sind das aus wie in einer kassette die rumliegen muss ich bin in der kassette sie tak beschreibt wo ist hier bitte eine kassette vielleicht liegt sie draußen ich bin in der kassette jetzt kann ich nur noch die letzten beiden bis jetzt da ja ja flügel ich bin in dieser kallentieren oben wo 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 irgendwas übersehen haben wir werden hier eine pause machen wir werden das ding auf zwei teile aufteilen wenn ihr einen zweiten teil davon sehen wollt lasst einen daumen nach oben da chat und schreibt unbedingt in die kommentare wie wir da weiter kommen wie wir an die zweite energie kommen in diesen räumen vielleicht hat es ja irgendwer schon gezockt